Hey Leute, am Samstag ist wieder Super-Helden-Tag im Disney Channel. Superhelden sind, wie der Name schon sagt, meistens super stark, super schlau oder sogar beides. Oder Spidey? Ganz genau! Aber auch sie geraten in Situationen, in denen man sich fragt, wie geht's jetzt weiter? Zeig, dass du das Zeug zum Helden hast. Kannst du das Wie geht's weiter Super-Quiz lösen? Finden wir es heraus! Los geht's mit der ersten Szene. Na, wie reagiert Groot darauf? Fängt er einfach an, wie ein Schlosshund zu weinen? Oder rastet er völlig aus? Weiter geht's mit Szene 2. Habt ihr die Partikelbeschleunigung schon durchgeführt? Wollte ich gerade machen! Es ist wichtig, mit dem Ausgangsniveau zu beginnen. Martin, ich mach das, Leute! Klar, sonst werden die Gamma-Strahlen-Umkehrer... Wow! Wer hat denn... Oh-oh! Ach du Schande! Was passiert denn jetzt mit Baljeet? Wird er zum Halb? Oder schrumpft er wie Ant-Man? Baljeet-Marsch! Wow, da sieht man auch nicht jeden... Was? Jetzt kommt Szene 3. Thor! Lass einen Blitz einschlagen! Exakt auf diesen Ort gerichtet! Ein Blitz? Genau hier? Wird uns das nicht vaporisieren? Mich natürlich nicht, mir macht das nichts, aber... Was ist mit euch? Jetzt Tor! Was ist Black Panthers Plan? Sollen alle schnell ausweichen? Oder generiert er einen Schutzschild? Hohoho! Nice! Halt! Sind sie weg? Juhu! Hey, jetzt ist Zeit für einen kleinen Freudentanz... Und wenn ihr noch mehr Superhelden-Spaß wollt, dann schaut doch einfach im Disney Channel vorbei! Geniale Idee! Das ist es! Der Superhelden-Tag am 24. August im Disney Channel!